Was ist der Körgritz-Dörich-Agentur? Wir produzieren über K4 das Kundenmagazin von Infinity, dem japanischen Luxus-Automobilhersteller. Wir produzieren die Verkaufsliteratur, das sind Broschüren und Preislisten von Infinity. Und wir sind gerade dabei, ein weiteres Magazin darauf auszuproduzieren. Das fiel bei uns aus dem Verlagsdenken zunächst heraus. Wir sind über den Verlag zu dem Thema Content-Management-System und Redaktionssystem gekommen, haben aber die Anforderung, dass wir ja sehr viel für Kunden, Unternehmenskunden arbeiten, mit dem Spezifikum, dass diese Kunden nicht permanent mit dem System arbeiten. Wenn sie im Verlag sind, die Redakteure, Lehrer, arbeiten permanent mit dem System. Wenn sie einmal die Lernkurve hinter sich haben, dann funktioniert das. Wenn sie mit vielen Kunden arbeiten, die alle zwei, drei Monate einmal kurzfristig auf das System zugreifen, ist es ganz wichtig, dass sie ein relativ einfach zu bedienendes System haben. Dass sie einfach trainieren können, dass man nicht so schnell vergisst, wie das Fahrradfahren. Wenn man es einmal gemacht hat, ist man wieder drauf. Und so kamen wir eigentlich zu K4. Der große Vorteil für uns besteht natürlich darin, dass wir ein viel, viel engeres Verhältnis zu unseren Kunden aufbauen können, indem wir sie auch systemisch in den Arbeitsprozess der Agentur integrieren. Vor allen Dingen ein hohes Maß an Transparenz. Sehr, sehr oft, wenn Sie mit Kunden arbeiten, kriegen Sie die Aufgabe übertragen, liefern das fertige Produkt ab. Was dazwischen passiert, entzieht sich den meisten Kunden mit dem Resultat, dass die Komplexität der Arbeiten nicht wirklich klar wird. Indem wir die Kunden wirklich einbeziehen in unseren Prozess, werden sie Teil unserer Arbeit, was die Kundenbindung stark erhöht, was die Integration erhöht und letztendlich auch die Zufriedenheit mit dem, was die Agentur macht, erhöht. Das ist die Agentursicht der ganzen Geschichte. Aus der Verlagssicht ist es bei uns ganz wichtig, dass wir, da wir parallel arbeiten, sowohl Verlagsobjekte als auch Kundenobjekte produzieren, dass das parallel laufen kann. Und diese Chancen hat uns K4 tatsächlich geboten. Das große Thema bei uns im Moment ist natürlich das Tablet und das iPad. Wir produzieren für Infinity das Kundenmagazin zum Beispiel auch für das iPad und sind gerade dabei, das umzustellen, integrieren über K4 die Tablet-Produktion und die Produktionsgedruckten Mediums. Auch für unsere kommerziellen Produkte, das ist Ramp, Ramp Style und Gaps, ist das ein Thema, das tatsächlich ansteht. Und auch da zeigt sich für uns, dass das wirklich sehr einfach zu handhaben ist. Und das ist der große Vorteil, der sich für uns wirklich bezahlt macht. Und das ist der große Vorteil, der sich für uns wirklich sehr einfach zu handhaben ist.